Anna Wallenberg Die gefährliche Insel Gelesen von Jasmin Stab Der alte König Gamba hatte viele schöne königliche Lustschlösser. Aber dieser gute König hatte ein so langes Leben hinter sich, dass er ihrer aller übertrüssig geworden war und schon daran gedacht hatte, sich ein neues zu bauen. Eines Morgens ließ er den Hofmeister zu sich rufen. Geh mit dem Schatzmeister in das Kellergewölbe hinunter und lass dir von ihm drei Säcke voll Gold abwiegen, befahl der König. Die Säcke lade auf den gelben Leiterwagen, fahre mit ihm davon und baue mir ein Schloss. Der Hofbaumeister verbeugte sich bis zur untersten Stufe des Thrones. Wo? fragte er. Vor kurzem machte ich eine schöne Spazierfahrt und da kam ich am Hochberg vorbei, sagte der König. Am Fuß dieses Berges liegt, wie du weißt, ein See. Der Baumeister verbeugte sich abermals zum Zeichen, dass er den König verstanden habe. In diesem See liegt eine Insel, fuhr der König fort. Doch nun schaute der Baumeister ganz verblüfft auf. Verzeihung, euer Majestät, sagte er, aber, aber diese Insel habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe sie gesehen, ich. Ich weiß, dass sie da ist und ich irre mich niemals, entgegnete der König Gamba und sah auf den Baumeister herab, als wenn dieser meilenweit unter ihm stünde. Und auf dieser Insel sollst du mein Schloss bauen. Leb wohl. Damit war die Sache abgetan. Der Baumeister erhielt sein Gold und fuhr damit zum Hochberg. Dort brachte der Kutscher das Pferd zum Stehen, lud die Säcke ab, warf einen Blick über den leeren, glitzernden See hin und grinste den Baumeister derartig an, dass seine Augen fast verschwanden und sein Mund von einem Ohr bis zum anderen reichte. Nein, welch eine große, prächtige Insel, sagte er, indem er auf das Wasser deutete. Auf der wird es sich gewiss gut bauen lassen. Dann sprang er wieder auf seinen Wagen und knallte mit der Peitsche. Gleich darauf war er verschwunden. Der Baumeister aber stand mit seinen Goldsäcken allein da und suchte starren Blickes nach der Insel, die nicht vorhanden war. Was sollte er nur tun? Er konnte die Goldsäcke doch nicht mitnehmen und aus dem Land fliehen, denn er war ein ehrlicher Mann. Ebenso wenig konnte er zurückkehren und sagen, es sei ihm unmöglich gewesen, eine Insel zu entdecken. Denn König Gamba war ein sehr leutseliger, guter alter König. Aber er hatte die Eigentümlichkeit, keinen Widerspruch ertragen zu können. Wenn er einmal mit seinen altersschwachen Augen eine Insel gesehen zu haben glaubte, so musste diese Insel da sein. Selbst wenn alle seine Untertanen gekommen wären und gesagt hätten, sie könnten eine derartige Insel nicht entdecken. Lieber hätte er alle miteinander des Landes verwiesen. Nun, vielleicht war die Insel da, als der König vorbeifuhr, aber sie ist später wieder überschwemmt worden, dachte der Baumeister. Und so ging er in eine kleine Torfhütte nebenan, um zu fragen, ob er ein Boot entlehnen dürfe. Drinnen saß eine junge Frau, die eben ihr kleines Kind einschläferte, und sie nickte zustimmend auf seine Frage. Du kannst den flachen Kahn nehmen, der unter der großen Weide angebunden ist, sagte sie. Und wirklich, unter der Weide lag ein flacher Kahn. Der Baumeister machte ihn los und ruderte auf den See hinaus. Aber oft ließ er die Ruder sinken und schaute über den Bootsrand in das Wasser hinab, um zu sehen, ob irgendwo eine überschwemmte Insel liege. Und als er sich einmal recht tief hinunterbeugte, erblickte er auch etwas ganz Merkwürdiges. Aber es war keine Insel, sondern ein gewaltiger Seeriese, der da unten zwischen dem Tang saß und mit seinen Kindern spielte. Diese waren so groß und plump wie die größten Elefanten, den Seeriesen selbst aber hätte man für einen Felsenberg halten können, wenn er nicht einen ungeheuren Kopf mit langem grünen Haar und Bart, ein paar rote Augen, die wie leuchtende Schlossfenster glänzten und ein paar Arme dick wie Leuchttürme gehabt hätte. Der Schatten des Bootes fiel über das Wasser und als der Seeriese aufschaute, um zu sehen, woher plötzlich die Dunkelheit komme, entdeckte er das Gesicht des Baumeisters, das dicht über dem Wasserspiegel lag. Wer schaut denn da zu uns herunter? fragte er. Nur ich, antwortete der Baumeister, denn er fürchtete sich nicht so leicht. Ich suche eine Insel in diesem See, auf der ich ein Schloss bauen soll. Vielleicht kannst du mir sagen, wo sie liegt? Da lachte der Seeriese so laut, dass im Wasser Blasen aufstiegen. Ich habe, so viel ich mich erinnern kann, bis zum heutigen Tag noch niemals eine Insel in diesem See gesehen, entgegnete er. Aber ich könnte dir schon so ein kleines Fleckchen zurecht machen, wenn ich wollte. Das glaube, wer mag, sagte der Baumeister. Du wirst es sofort sehen. Fuchs Teufels wild über das anderen Misstrauen stand der Seeriese auf und da reichte er fast bis an die Oberfläche des Wassers. Er griff nach einer großen Eisenstange, die neben ihm lag, stemmte diese gegen die Strandklippe und brach bald ein mehrere Morgen großes Stück Felsen los. Dann ging er auf dem Grund des Sees etwas weiter fort und kam gleich darauf mit dem Mantel voll Erdreich wieder, auf dem Bäume, Sträucher und Gräser wuchsen, höher, schöner und üppiger als alle, die im Tageslicht grünten und blühten. Alles das drückte er fest auf das losgerissene Stück Felsen, nahm dieses auf seine Hand und hob es über die Wasserfläche empor. Und siehe, es war die schönste Insel, die der Baumeister je in seinem Leben erblickt hatte. Oh, oh, wenn diese Insel doch einen festen Grund unter sich hätte, stieß er seufzend hervor. Sie hat einen Grund unter sich, solange ich sie halte, und ich kann sie tausend Jahre halten, wenn ich will, sagte der Riese, indem er sich auf einen Felsen im Wasser unten gemütlich hinsetzte. Aber wenn du einschläfst, fragte der Baumeister. Ach, mit meinem Schlaf ist es nicht weit her, antwortete der Seeriese. Ich schlafe nur alle 500 Jahre und dann nicht mehr als 200. Jetzt sind es 300 Jahre her, seitdem ich schlief. Früher gab es hier einen alten Troll, der Wiegenlieder singen konnte, sodass man wenigstens mitunter ein Schläfchen von 10 bis 20 Jahren machen konnte. Aber jetzt ist er in eine andere Gegend gezogen. Übrigens brauchst du keine Angst zu haben. Ich sitze ebenso ruhig da, wenn ich schlafe, als wenn ich wache. Bau nur dein Schlösschen. Der Baumeister kratzte sich hinter dem Ohr. Wie lange versprichst du, ruhig da zu sitzen und die Insel zu halten? Fragte er. Zwei Jahre. Nur zwei Jahre? Ja, zwei Jahre, nachdem du mit dem Bau fertig bist. Dann hole ich die Insel mit deinem Schlösschen hier herunter und gebe sie meinen Kindern zum Spielen. Ich muss doch auch etwas für meine Mühe haben. Das ist nur recht und billig. Danke bestens, aber aus diesem Geschäft wird kaum etwas werden, sagte der Baumeister und richtete sich wieder im Boot auf. Sollte er den König so viel Geld für das Schloss hinauswerfen lassen, wenn er nur ein so kurzes Vergnügen daran haben könnte? Und vielleicht würden gar Menschenleben dabei verloren gehen, wenn die Insel versank. Der König bewohnte freilich einen Ort nie länger als zwei Jahre hintereinander. Aber wer konnte das wissen, ob er nicht Leute im Schloss zurückließ? Langsam ruderte der Baumeister auf das Land zu, aber als er die Goldsäcke erblickte, die dort am Ufer standen, fand er es ganz gleich, ob er sie zum Schlossbau verwende oder nicht, da er nicht wusste, was er sonst mit ihnen anfangen sollte. Er wollte die Leute schon warnen, damit sie nicht länger auf der Insel blieben, als es ratsam war. Also bog er sich wieder über den Bootsrand hinab und rief dem Seeriesen ein Hallo zu. Hallo, tönte es zurück. Bist du nun einverstanden oder nicht? Ich bin einverstanden, aber du musst mir versprechen, fünf Jahre still zu sitzen, sagte der Baumeister. Nein, entgegnete der Riese. Dann vier. Nein, sagte der Seeriese. Nun, aber wenigstens drei Jahre, von heute an. Einverstanden, rief der Riese. Aber denke daran, dass ich heute Nacht in drei Jahren, in dem Augenblick, wo der Mond hinter dem Hochberg aufsteigt, meine Hand sinken lassen werde. Der Baumeister versprach es und ruderte eilig an Land. Dann holte er von allen Seiten Leute herbei und begann das Königsschloss auf der kleinen Insel zu bauen, über die sich alle Menschen höchst verwunderten. Sie rieben sich die Augen, um sich zu vergewissern, ob sie auch richtig wach seien, denn sie hatten diese Insel nie vorher gesehen, hatten auch nie so hohe Bäume mit so vielen Zweigen und so schönem, tief herunterhängendem Laub gesehen, auch nie so wunderbare, duftende Lilien wie auf der Insel. Aber nach einem halben Jahr, als das Schloss mit seinen blinkenden Zinnen und Türmen fertig dastand, zog der König hinein. Und er war gar nicht überrascht. Er wusste ja, dass die Insel immer da gewesen war, denn er hatte sie doch selbst gesehen. Und dass die Bäume, Sträucher und Blumen dort schöner und seltsamer waren als sonst wo auf der Welt, das glaubte er auch damals beim Vorbeifahren bemerkt zu haben. Er fühlte sich äußerst wohl in seinem neuen Schloss. Und als das zweite Jahr fast zu Ende war und der ganze Hof darauf wartete, der König werde nun sagen, er wolle auf ein anderes königliches Besitztum übersiedeln, verkündete dieser eines Morgens, er gedenke, noch ein Jahr zu bleiben. Aber da schrie plötzlich jemand vor lauter Schrecken. Und als man nach jener Richtung schaute, aus der der Ruf erklungen war, sah man den Baumeister am ganzen Körper zitternd und bebend dort stehen. Er konnte sich kaum aufrechthalten. Und als er gefragt wurde, was mit ihm los sei, bat er mit dem König, unter vier Augen sprechen zu dürfen. Sämtliche Herren und Damen des Hofes gingen hinaus. Und nachdem sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, fiel der Baumeister vor dem König auf die Knie und erzählte ihm, wie die Insel entstanden war und dass der Seeriese unter ihr lag und sie über das Wasser hielt. Aber er erzählte auch, dass der Seeriese gesagt habe, er werde genau drei Jahre später, nachdem die Insel aus dem Wasser emporgestiegen war, seine Hand in dem Augenblick, wo der Mond hinter dem Hochberg aufsteigen werde, wieder sinken lassen. »Strafe mich, mein Herr und König, tu mit mir, was du willst«, rief der Baumeister. »Nur um eines bitte ich dich, fahre mit deinem ganzen Hof von hier fort, ehe die Zeit um ist.« Der König antwortete keine Silbe, aber er erhob sich in seiner ganzen Größe und läutete mit einer kleinen silbernen Glocke. Gleich darauf erschien ein Diener an der Tür. »Führe den Schatzmeister und zwei Soldaten der Wache hierher«, gebot der König. Einen Augenblick später standen der Schatzmeister und die Soldaten vor ihm. »Wiegt für diesen Mann einen Scheffel Gold ab, denn er hat mir viele Jahre treu gedient«, sagte der König zum Schatzmeister, indem er auf den Baumeister deutete. »Aber dann soll er fort über die Grenze des Landes geschafft werden, denn er ist verrückt und wäre imstande, gefährliche, abergläubische Geschichten unter dem Volk auszusprengen. Soldaten, nehmt ihn bei der Hand!« So wurde denn der Baumeister festgenommen. Er bekam sein Gold und dann schafften ihn die zwei Männer über die Grenze. Aber unterwegs erzählte er ihnen von der gefährlichen Insel, die nur auf der ausgestreckten Hand des Seeriesen ruhte, denn sein Gewissen war schwer bedrückt in dem Gedanken an das Leben des Königs und all der anderen, die verloren gehen konnten. Und als die Wachtposten wieder heimkamen, legten sie sich sofort auf die Bootsbrücke der Insel, um in das Wasser hinunterzuschauen. Da sahen sie auch den Seeriesen mit den großen, leuchtenden Augen, der da unten saß und die Insel auf seiner erhobenen Hand hielt. Ganz erschrocken liefen sie ins Schloss und erzählten, was sie gesehen hatten. Von da an wanderten die Herren und Damen des Hofes nacheinander in aller Heimlichkeit zur Bootsbrücke, beugten sich auf den Boden und schauten ins Wasser hinunter. Und bald gab es keine einzige Menschenseele mehr auf der ganzen Insel, von den Ministern bis herab zu den Küchenjungen, die den Seeriesen nicht gesehen hätte. Das heißt, den König ausgenommen, denn ihm wagte man kein Sterbenswörtchen von all dem zu sagen. Man wusste ja, wie es dem Baumeister ergangen war. Und außerdem hatte der alte König doch nichts gesehen. Er hatte ja so schlechte Augen. Einige hatten solche Angst, dass sie sofort um Urlaub baten, die einen ihrer Gesundheit wegen, die anderen um alte Verwandte zu besuchen, die sich nach ihnen sehnten. Die übrigen aber, die da blieben, zählten beständig an den Fingern ab, wie lange es noch dauern werde, bis das große Ereignis eintreten würde, wo die Insel auf den Grund des Sees versank. Lange vorher schickten sie all ihr Hab und Gut fort, damit ihnen nicht das Geringste verloren gehe. Nur der alte König wusste die ganze Zeit über von nichts. Und an dem Abend vor der unheilvollen Nacht ging er wie gewöhnlich sehr früh zu Bett, ahnungslos, wie öde und leer es plötzlich um ihn wurde. Türen wurden aufgerissen, Schritte trippelten durch Säle und Gänge, und alle Leute des Hofes eilten zur Brücke hinunter, drängten sich in die Boote und ruderten von dannen. Aber vor dem Häuschen am Strand drüben stand die junge Kettnersfrau, die dem Baumeister damals ihr Boot geliehen hatte, als diese auf den See fahren und die Insel hatte suchen wollen, und sie beobachtete die Fliehenden. Sie wollte wissen, ob König Gamba dabei sei. Bei jedem Boot, das ohne ihn ankam, wurde sie unruhiger, denn sie hatte den Seeriesen auch gesehen und wusste, was geschehen sollte. Und sie hatte den alten König lieb. Er hatte gar oft freundlich mit ihr gesprochen, wenn er vorbeigekommen war. Ihrem ältesten Jungen hatte er eine große neue Goldmünze geschenkt und dem Jüngsten, der noch in der Wiege lag, hatte er freundlich über das Haar gestrichen. Deshalb tat ihr der gute alte König Leid, der jetzt einsam in seinem Schloss lag und von nichts wusste, sondern mit auf den Grund des Sees hinunter und in der finsteren Tiefe umkommen sollte. Sie fragte die fliehenden Damen und Herren vom Hof, ob der König nicht auch kommen würde. Aber diese schüttelten nur den Kopf, denn sie wollten nicht von ihm sprechen. Konnten sie etwas dafür, dass er weder hören noch sehen, sondern unbedingt dableiben und sterben wolle? Als jedoch alle Leute fort waren, überkam die junge Kettners Frau eine furchtbare Angst. Sie konnte den armen alten König nicht dort liegen und in den Tod hinüberschlafen lassen. Was auch geschehen mochte, sie musste ihn warnen. Rasch lief sie ins Haus, um erst noch ihr kleines Kind zu beruhigen, das aufgewacht war und schrie. Aber da es sich nicht trösten lassen wollte, nahm sie es mit, eilte zum Kahn hin, kettete ihn los und ruderte mit kräftigen Schlägen über den See. Es war keine Zeit zu verlieren, die Dämmerung brach schon herein. In einem kleinen halben Stündchen konnte der Mond hinter dem Hochberg heraufkommen und hatte sie den alten König bis dahin nicht bei sich im Boot unten, dann waren sie verloren. Mit zitternden Händen machte sie das Boot an der Brücke fest und eilte zum Schloss hinauf, dessen Tor offen stand. Auch im Schloss selbst standen anscheinend alle Türen offen und sie konnte von Saal zu Saal, von Gemach zu Gemach gehen, bis sie endlich an eines kam, das verschlossen war. An diesem klopfte sie einmal, zweimal, dreimal und endlich rief der alte König mit schläfriger Stimme, »Wer ist da? Was gibt's?« »Komm heraus, komm heraus, Herr König, sonst musst du sterben!« rief sie. »Die anderen Leute vom Schloss sind schon über alle Berge!« »Was? Sie sind auf und davon und haben ihren König verlassen?« fragte der König. »Das sollen Sie mir wahrhaftig büßen!« Darauf schlüpfte er in seine Pantoffeln, zog seinen langen Schlafrock aus goldenem Brokar an und trat aus seinem Schlafzimmer. Und als er sah, dass alle Türen offen standen und außer dieser fremden Frau und ihrem Kind kein Mensch mehr da war, blitzten seine Augen vor Zorn. »Das soll Ihnen teuer zu stehen kommen!« sagte er und stampfte auf den Fußboden. Aber die Kettners Frau eilte ihm voran. »Komm, komm, Herr König!« bat sie. »Ich habe mein Boot unten und wir müssen uns beeilen!« »Ach so, du glaubst also auch jene dummen Geschichten!« sagte König Gamba. »Nun, ich werde dich begleiten, aber nur, um die feigen Menschen zu erwischen, die ihren König verlassen haben.« Sie waren jetzt vors Schloss gekommen, aber sie hatten den Weg zur Brücke erst zur Hälfte zurückgelegt, als die ganze Insel wie unter einem Erdbeben erzitterte. Der Seeriese hatte die Hand geschüttelt, um ihnen ein leises Warnungszeichen zu geben. »Jetzt holt er uns!« »Jetzt holt er uns!«, schrie die Kettners Frau, die vor Schrecken fast zu Boden sank. »Die ganze Insel zittert!«, aber der König packte sie am Arm, um sie zu halten. »Du Närrin!«, sagte er. »Fühlst du denn nicht, dass der Boden nur unter meinen Schritten gezittert hat, weil sie so kräftig sind?« Sie gingen weiter und kamen zur Brücke hinab. Aber da stieß die Kettners Frau einen neuen Schrei aus. »Mein Boot! Mein Boot!«, jammerte sie. Dieses schaukelte weit draußen auf dem Wasser. Wahrscheinlich hatte sie es nicht fest genug angebunden und als die Insel erbebte, hatte es sich losgerissen. Plötzlich hörte sie eine dumpfe Stimme in der Tiefe krollend sagen. »Verlasst die Insel! Sonst müsst ihr alle mit zu mir hinunterkommen!« »Hör! Hör, was er sagt!«, rief die junge Frau händeringend. Aber der alte König hörte nichts. »Ich habe ja soeben gesprochen. Es war nur das Echo meiner starken Stimme!«, entgegnete er. Die Kettners Frau warf sich auf die Brücke und schaute in den See hinab. »Oh, dort sitzt er und klotzt uns mit seinen roten Augen an! Seht nur, Herr König, seht!«, rief sie. Um ihr den Willen zu tun, beugte sich auch der König über das Wasser, soweit er konnte. »Du siehst nur meine Augen, die sich im Wasser spiegeln!«, sagte er. »Die Leute behaupten, sie blitzen und sprühen wie Feuer!« Aber die Kettners Frau wollte sich nicht durch seine Erklärungen beruhigen lassen. Sie schluchzte und seufzte immer fort, dass nun auch das Kind auf ihrem Arm unruhig wurde und zu schreien anfing. Vergebens suchte sie es einzuschläfern, indem sie unter Tränen sang. Das Kind schrie noch immer gellend. »Gib den Jungen her!«, sagte der alte König. »Vielleicht wird er sich bei mir beruhigen!« Er nahm das Kind auf den Arm, wiegte es hin und her, erhob seine alte, spröde, tiefe Stimme und sang. »Schlaf ruhig, du Kleiner, schlaf ohne Harm, dein König ist groß und stark ist sein Arm. Heie, Puppe, heie, Puppe, heie.« Während er sang, hatte die Kettners Frau sich wieder auf die Brücke gelegt, um besser in die Tiefe hinunterschauen zu können. Und bald bemerkte sie, dass der Seeriese und seine Kindermäuschen still da saßen und dem Gesang lauschten. »Ich werde so schläfrig,« sagte der Riese. »Ist der Troll zurückgekommen und sitzt er nun irgendwo und singt?« »Nein, nein, Vater,« rief einer der kleinen Seeriesen. »Er ist es nicht. Du darfst nicht einschlafen, ehe du uns die Insel heruntergeholt hast.« »Nein, ich werde mich wohl hüten. Der Mond geht sicher bald auf.« Und der Seeriese plinzelte mit den Augenlidern, um sich wach zu halten. Aber die Kettners Frau zupfte den alten König am Rock. »Sing weiter, Herr König,« flüsterte sie, »ich glaube, er ist am Einschlafen.« Der König sah sie streng an. »Dummheiten,« sagte er, »glaubst du, ich fürchte die Mächte der Finsternis? Ich bin König durch Gottes Gnade, an mich wagen sie sich nicht heran. Und wenn ich singe, so geschieht es deinem Jungen und nicht irgendjemand zuliebe.« Darauf sang er wieder. »Mein Kind, ganz sicher bei mir sich's ruht. Dein König ist stark und kühn ist sein Mut. Eier, Popa, ja, Eier, Popa, ja.« »Herr König, Herr König!« flüsterte die junge Frau erregt und zupfte den König wieder am Rock. »Ich glaube, er schläft.« Seine Augen glänzen nicht mehr. »Er hat sie geschlossen!« Im selben Augenblick fuhr sie trotzdem aufs heftigste Entsetz zurück und umklammerte die Knie des Königs. Denn ein silberheller Schein beleuchtete auf einmal alles ringsumher. Der Mond stand rund und klar über dem Hochberg und nun sollte ja das Entsetzliche geschehen, auf das alle warteten, nur der König nicht. Aber die Insel lag ebenso still auf der Wasserfläche wie vorher. Sie erzitterte nicht einmal, und drunten saß der Seeriese und schlief, regungslos wie ein Bild aus Stein, während die kleinen Riesen weinten und jammerten, weil sie ihre Insel nicht bekommen hatten. Da warf sich die Kettners Frau dem König zu Füßen und küßte diese wieder und wieder. »Du hast uns gerettet, Herr König!«, sagte sie. »Gegen dich vermag der da unten nichts!« Der alte König erhob sich und legte ihr das schlafende Kind in die Arme. »Dein Sohn hat früher an mich geglaubt als du,« entgegnete er. »Er ist der treueste aller Untertanen.« Darauf gingen sie ins Schloss zurück und legten sich schlafen. Der König in seinem Gemach und die Kettners Frau in der Gesindestube. Aber am nächsten Morgen, als sie erwachten, wimmelte es auf der ganzen Insel von Menschen. Alle Hofleute waren zurückgekehrt, nachdem sie gesehen hatten, dass die Insel noch da lag und dass der Seeriese noch schlafend auf seiner Felsenklippe saß. Und als die Kettners Frau herauskam und ihnen erzählte, wie der alte König den Seeriesen in den Schlaf gesungen hatte, dachten sie, einen so mächtigen und guten alten König wie den ihrigen habe es noch nie gegeben. Und sie gingen ins Schloss, fielen vor seiner Tür auf die Knie und blieben dort liegen, bis er auf der Schwelle erschien. Finster und ernst mit gerunzelter Stirn stand er vor ihnen. Wie könnt ihr es wagen, trotz des Seeriesen hierher zu kommen? fragte er. Wir haben gesehen, dass er keine Macht über dich hat, Herr König, antworteten sie. Vergib uns, vergib uns. Da leuchtete es in dem Gesicht des alten Königs auf. Und nachdem er sich ein Weilchen besonnen hatte, verzieh er ihnen, denn im Grunde genommen war er doch ein guter alter König. Der Kettners Frau aber hängte er das schönste Juwelenhalsband seiner seligen Frau um den Hals, weil sie die einzige gewesen war, die ihn nicht verlassen hatte, und ihr Mann wurde zum Oberaufseher der Bote auf der Insel ernannt. Am Tag darauf ließ er im ganzen Land verkünden, dass er für immer seinen Wohnsitz im Schloss auf der Insel behalten werde, denn er wollte den Menschen beweisen, dass man sich auch vor einem Seeriesen nicht zu fürchten brauche. Aber alle waren nicht so tapfer wie er. Abends, wenn der alte König zu Bett gegangen war, lag die ganze Bootsbrücke voller Hofdamen und Hofherren, die in das Wasser hinunterstarrten, um zu sehen, ob der Seeriese seine glänzenden Augen noch nicht geöffnet habe. Und eines wusste, was das andere dachte. Nicht ein einziger von ihnen würde noch einen Tag länger auf der Insel bleiben, wenn der alte König stürbe. Denn dann gäbe es ja niemand mehr, der den Seeriesen wieder in den Schlaf singen könnte, falls er erwachte. Untertitelung des ZDF,